Glaube nur nicht jemals das Glück zu finden, indem du einem Weg folgst, der von der Wahrheit wegführt. Das macht keinen Sinn und kann der Weg nicht sein. Für dich, der du zu finden scheinst, dieser Kurs sei zu schwierig zu erlernen, will ich wiederholen, dass du zum Erreichen eines Zieles in dessen Richtung schreiten musst, nicht von ihm weg. Und jeder Weg, der in die andere Richtung führt, wird das Ziel nicht fördern, das gefunden werden soll. Wenn das schwierig zu verstehen ist, dann ist dieser Kurs unmöglich zu erlernen. Doch nur dann. Sonst ist er eine einfache Lehre im Offensichtlichen. Und erlaub mir noch einen Absatz. Vergib dir selbst deine Verrücktheit und vergiss alle sinnlosen Reisen und sämtliche sinnlosen, ziellosen Ziele. Sie haben keinerlei Bedeutung. Du kannst dem, was du bist, nicht entrinnen. Du kannst dem, was du bist, nicht entrinnen. Hör das nicht als Drohung, sondern als Halleluja. Denn Gott ist barmherzig und er hat nicht zugelassen, dass sein Sohn ihn verlasse. Sei dankbar für das, was er ist. Denn darin liegt dein Entrinnen aus der Verrücktheit und dem Tod. Nirgends, als wo er ist, kannst du gefunden werden. Es gibt keinen Weg, der nicht zu ihm führt. Wow. Wow. Es gibt keinen Weg, der nicht zu ihm führt. Und wie fangen wir denn hier an? Wir führen hier eine Suche in Raum und Zeit, die uns scheinbar nur in den Tod führt. Scheinbar nur in die Vergeblichkeit. Scheinbar nur ins Schrumpeln. Danke für das Wort. Grüße nach Thüringen. Und in die Einsamkeit und Krankheit und Bedeutungslosigkeit. Und du magst denken, hey, wenn ich die Dinge, die ich tue, einfach nur gut tue, ein guter Mensch bin, so gut wie ich kann, dann klappt das hier vielleicht, dass ich noch ein bisschen was rausholen kann aus diesen paar Jahren, paar Jahrzehnten, die ich hier als Mensch, als Körper, als Körperidentität habe. Aber dann merken wir, es ist eigentlich egal, wie ich das Spiel spiele, weil am Ende läuft es auch dasselbe hinaus. Und da ist die große Lerngelegenheit, denn entweder sind wir hier dann so verzweifelt und wählen den Tod oder den Versuch zu sterben. Oder wir sagen, Moment, das kann es nicht sein. Hierfür bin ich nicht gekommen. Und vielleicht bist du gerade an diesem Punkt. Vielleicht bist du nicht dabei, den Körper abzulegen. Aber vielleicht bist du in dir in einer Transformationserfahrung, die du nicht als solches erkennst, weil es noch den Hauch, den Geschmack von Vergeblichkeit hat. Aber sei getröstet, das ist nur die Läuterung alter Ideen. Auch wenn du durch den Schleier gerade nicht durchschauen kannst, du wirst schon durchgetragen, durchgehoben. Alles, was es braucht, ist eine kleine Bereitwilligkeit, nichts in den Tod reinzubeißen. Nicht zu sagen, ja, alles vergeblich, alles blöd, ich habe alles versaut. Sondern eine kleine, kleine Hinwendung genügt zur Wahrheit, zur Liebe, zu Jesus, zu deiner wahren Identität in Christus. Sondern sie sagen, hey, zeig mir hier den Weg, zeig mir das neu. Und schon wird alles verwandelt. Die Wandlung, die sowieso geschehen muss. Und die Antwort kommt sehr schnell und zeigt dir, alle Wege führen zurück zu ihm. Zur Liebe, zum Leben, zur Wahrheit, die du selber bist, zu Gott. Und hier ist die Vorbereitung sozusagen, ich nenne das immer den Pep-Talk, den Motivationstalk, für die heutige Lektion, Lektion 83, in der wir Lektion 65 und 66 uns neu anschauen. Meine einzige Funktion ist die, die Gott mir gab. Ich habe keine andere Funktion außer der, die Gott mir gab. Diese Einsicht befreit mich von jedem Konflikt, weil sie bedeutet, dass ich keine miteinander in Konflikt stehenden Ziele haben kann. Es ist einfach nicht möglich. Mit einem einzigen Zweck bin ich mir ständig sicher, was ich zu tun, zu sagen und zu denken habe. Jeder Zweifel muss schwinden, wenn ich anerkenne, dass meine einzige Funktion die ist, die Gott mir gab. Und wie kann das sein, wenn du dich in einem Moment von Konflikt oder sogar Schmerz oder Existenz oder Todesangst befindest? Bedenke, dass es keine Zeit gibt. Bedenke, dass dieser Moment die einzige Zeit ist, die es gibt. Wenn Jesus hier also davon spricht, dass du keinen anderen Zweck hast, dass du nicht im Konflikt sein kannst und dass jeder Zweifel schwinden muss, dann spricht er von dem, was dieser Moment in Wahrheit enthält und dass alles andere in deiner Entscheidung für Wahrheit, in deiner Entscheidung für deine einzige Funktion, sich entpuppt als, das war alles nichts. Das war alles nichts. Auch wenn es im Konflikt so ausschaut, als wäre er unüberwindlich und die einzige Wirklichkeit ohne Wahlalternative, die einzige Wahl, die es im Konflikt zu geben scheint, ist, auf welche Form möchtest du den Konflikt schieben? So, wer ist schuld? Wer da draußen ist schuld oder bist du vielleicht schuld? Wer ist die Ursache deines Leids? Aber der Konflikt ist blind. Mit anderen Worten, du bist blind, wenn du an den Konflikt und an Illusionen glaubst, aber hier ist da das Licht. Im gegenwärtigen Moment ist ja das Licht, weil du hier bist. Und darin findet die Wandlung statt, nach der du gesucht hast. Findet dein Aufatmen statt und danke, dass du hier reinkommst. Danke, dass du mir die Erlaubnis gibst, mich mit dir zu verbinden. Dass wir hier in eine Referenz einsteigen können, die uns aus dem Schlachtfeld des Konfliktraumes heraushebt. Und vielleicht bist du ähnlich aufgestellt, wie ich mich berührt, es immer wieder zu sehen, wie Menschen anderen Menschen helfen. Und wie viel Power da drin liegt und Demut, etwas aus einem Akt der Nächstenliebe heraus aufzuzeigen. Auch wenn es nicht über Social Media läuft, auch wenn es nicht in den Nachrichten kommt, auch wenn es nicht als WhatsApp-Status gepostet werden kann. Aber irgendwo ist klar, dass das hier durch alle Schleier der Welt durchleuchtet und wir selbst darüber noch hinausgehen, weil du jemand anderem die Hand gereicht hast. Ein Wunder ist der höchste Dienst, den man hier jemandem tun kann. Und ein Wunder inspiriert Handlungen. Und natürlich heißt das, du wartest auf die Instruktionen des Wunders, ohne selbst auszuwählen, wo hier ein Wunder angebracht wäre. Konkrete Anwendungsformen dieses Gedankens könnten so lauten. Meine Wahrnehmung dieser Sache ändert meine Funktion nicht. Wenn du im Konflikt bist, im Groll, im Hass, in der Wut, dann kannst du sagen, meine Wahrnehmung dieser Sache ändert meine Funktion nicht. Hinter diesem Schleier ist meine Funktion immer noch unverändert und ich erfülle sie jetzt. Dies gibt mir keine andere Funktion als die, die Gott mir gab. Lass mich dies nicht benutzen, um eine Funktion zu rechtfertigen, die Gott mir nicht gegeben hat. Und das Erstaunliche ist, dass der Konflikt und der Schmerz immer nur da ist, weil er gerechtfertigt wird. Das sieht im Schmerz nicht so aus. Das sieht nicht so aus, wenn du dich als Opfer deiner Umstände erfährst. Aber wieder ein kleines bisschen kratzen, ein kleines bisschen dichter an dir dran, ein kleines bisschen mehr zu dir zurück, anstatt in der Projektion des Außens zu bleiben. Dann können wir klar sehen, doch, ich rechtfertige eine Funktion, mit der ich mich im Groll halte, im Schmerz, in der Schwäche. Deswegen sage ich jetzt, stattdessen, lass mich dies nicht benutzen, um eine Funktion zu rechtfertigen, die Gott mir nicht gegeben hat. Gehen wir in diesen Moment. Gott zeigt sich ja dir nicht auf eine Art und Weise, die dir bekannt ist, sondern er sagt immer, okay, gut, dass du Erfahrungen gemacht hast von Kommunikation. Und wir ermutigen dich, deine vorgefassten Meinungen auch bezüglich spiritueller Erfahrungen sein zu lassen, damit dir was Neues gezeigt werden kann, dass du wirklich mit leeren Händen kommen kannst und sehen kannst, dass du nicht getrennt von deinem Glück und deiner Funktion sein kannst. Unmöglich. Mein Glück und meine Funktion sind eins. Alles, was von Gott kommt, ist eins. Es kommt aus dem Eins-Sein und muss als Eins empfangen werden. Meine Funktion zu erfüllen, ist mein Glück, weil beides aus der gleichen Quelle und Welle stammt. Und ich muss begreifen lernen, was mich glücklich macht, wenn ich Glück finden will. Ich muss begreifen lernen, was mich glücklich macht, wenn ich Glück finden will. Und darin kannst du nicht scheitern, weil dein Glück in der gleichen Zeit ist wie du. Nämlich der einzigen Zeit, die es gibt. Lassen wir diese Verwandlung der Wahrnehmung ruhig geschehen. Nicht, dass sich im Außen wirklich irgendwas ändert an den Bildern, aber die Quelle, aus der heraus du wahrnimmst, wird verändert. Du nimmst nicht mehr aus dem Trennungsdenksystem heraus wahr, sondern aus dem Denksystem, das dir Güte reflektiert und deine Wahrnehmung einigt. Das heißt, dein Traum wird heller, weil du mit Licht projizierst, mit Unschuld projizierst und nicht mit Gedanken, die keine Wirklichkeit haben. Danke für den Kollaps in die Singularität des Geistes. Und es ist nicht wirklich ein Kollaps im Sinne von, etwas wird kaputt gemacht oder du brauchst eine Art Schwäche in dir, damit ein Kollaps entstehen kann, sondern es brauchte ein Eingeständnis, es brauchte ein Eingeständnis. Wir sehen ja nur die Vergangenheit. Es brauchte dein Eingeständnis, dass du nicht mehr um den heißen Breit rumtänzeln konntest, sondern wirklich nur das sein konntest, was du bist. Vergib dir selbst deine Verrücktheit und vergiss alle sinnlosen Reisen. Und die Reisen sind Ideen in deinem Denken, Werte, die du gepflegt und gehegt hast, Zeit, die du aufrechterhalten hast, Zeitlinien, die in deinem Geist als Zukunft, als Hoffnung, als Pläne, als Rache-Fantasien tatsächlich gelaufen sind. Und wir uns hier einfach in den Raum stellen, wo die unbegrenzte Ausdehnung deines Seins nicht mehr aufgehalten werden kann durch Ideen von Begrenzung, sondern wir hier einfach nur feiern, weil wir uns gefunden haben. Mein Glück und meine Funktion sind eins. Einige nützliche Anwendungsformen dieses Gedankens sind. Dies kann mein Glück von meiner Funktion nicht trennen. Das Einssein meines Glücks und meiner Funktion bleibt völlig unberührt von diesem. Nichts, dies hier eingeschlossen, kann die Illusion von Glück, losgelöst von meiner Funktion, rechtfertigen. Wir sind hier einfach im Nachhausekommen, weil wir diesen Ort des Zuhauses nie verlassen haben. Weil wir den Ort der Natürlichkeit nie verlassen haben. Wir haben den Ort der Ganzheit nie verlassen. Den Ort des Lichts und der tiefen Stille, denn Gott ist nichts im Konflikt. Wie schön zu sehen, hey, ich träume und ich bin bei meinem eigenen Erwachen dabei. Ich verpasse es nicht, weil dieser Moment nicht verpassbar ist. Die einzige Zeit, die es gibt, kann nicht verpasst werden. Es kann drumherum geträumt werden. Es kann drumherum geurteilt und drumherum grollt werden und geplant werden. Aber irgendwann wird dein Geist, und das ist jetzt, zu schnell in deinem Erwachen, als dass das wirklich noch eine überragende Attraktivität für dich hätte. Denn die Attraktivität, die einzig wahr ist, die Anziehungskraft der Liebe auf sich selbst, liegt genau hier. Und hier können wir die Zeitlinien sich anpassen lassen durch Jesus' gegenwärtige, helfende Hand in unserem Geist. Und wir können ihm einfach gegenwärtig folgen in die Herrlichkeit und das Licht. Eine Reise mit einem bestimmten Ziel muss in deren Richtung unternommen werden, nicht von ihr weg. Und das ist die Bestätigung. Nicht nur, dass du in diese Richtung reist, sondern dass du in Wahrheit das Ziel nie verlassen hast. Ich danke dir für die Reflexion von Licht in deiner Bereitwilligkeit, dein Geist mit Jesus und seinem ganz individuellen Lehrplan im universellen Gesamtplan in dir zu erfüllen. Und das ist die Instruktion jenseits der Worte. Und eine ganz kleine Anekdote aus meinem persönlichen historischen Betrachten von Erwachen. Ich habe viele Jahre oder viele, drei Jahre, dreieinhalb Jahre intensiv mit dem Teaching vom Masterteacher verbracht. Und nach ein paar Jahren, in denen ich mich inspiriert fühlte, quasi nur mit dem Kurs zu gehen oder hauptsächlich mit dem Kurs zu gehen, stieß ich wieder auf seine Worte. Und alles, was ich in den Jahren dazwischen für mich selber klar bekommen hatte oder gefestigt hatte, fand ich in seinen Worten wiedergespiegelt, als ich sie mir wieder durchlas. Und die Worte da drin, an die ich mich gerade erinnere, war, hey, wir stehen hier für die Wahrheit und wir verbiegen uns nicht, um es schmackhafter für die Welt zu machen. Wir werden keinen Kompromiss in dem eingehen, was wir anzubieten haben. Und Jesus hat es vor 2000 Jahren so ausgedrückt. Wenn du Licht hast und Licht bist, dann stellst du es nicht unter einen Scheffel, sondern du platzierst es so, dass alle im Haus Licht haben. Und darin gibt es keinen Konflikt, es gibt da keinen Widersacher, sondern sei einfach das, was du bist. Erfüll einfach deine Funktion und der Konflikt schwindet. Das nicht zu tun ist, was konfliktbeladen ist. Und wir sprechen hier nicht davon, zu predigen und zu missionieren, sondern einfach hier in diesem gegenwärtigen Moment von Ausdehnung in Verbindung, in Verbundenheit mit deinem Bruder zu sein, denn er ist ebenfalls unendliches Licht. Und glaub vielleicht felsenfest daran, dieser Körper zu sein, aber dennoch ist er dein Erlöser und bietet dir das vollständige Licht an. Und so gehen wir jetzt nach Hause. Danke. Der Drops ist gelutscht und dies ist ein hervorragender Anfang. Ich segne dich in seiner Liebe und ich danke dir für deinen Segen und wir sehen uns buchstäblich in diesem Moment. Sei herzlich eingeladen übrigens zum Kurs im Wundern Festival vom 2. bis 6. Juni. Es ist ein Community-Event mit zwölf Referenten über vier Tage. Mit der Möglichkeit, neue Bekanntschaften zu machen. Sogar intensivste neue Bekanntschaften. Wir werden den Platz in einer neuen Location auf engerem Raum teilen. Das heißt, es gibt die Möglichkeit von Mehrbettzimmerübernachtung und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass da so viele Geschenke drin liegen, wenn ich über meine Komfortzone hinweg gehe und auf einmal Leute kennenlerne, mit denen ich gar keinen Bezug sonst hätte. Und einfach die Feier im Geist sich weiter ausdehnt. Ich danke dir. Alle Infos findest du unter wunder-festival.de Alles Liebe, sei gesegnet und wir sehen uns buchstäblich jetzt.